Weiss, weiss, weiss. Ui, da fliegt er in die Luft. Und nochmal. Yay, Trampoline Fishing. Und da habe ich ihn. Hervorragend. Ja, hallo. Ich bin's wieder, der Tampi. Und zwar bin ich auf dem oberen Spot hier. Und habe da gesehen, vom Densen, dass er an einer Stelle geangelt hat, wo ich es nicht für möglich gehalten habe, dass da Fische existieren, weil es halt echt flaches Wasser ist, wo man durchwarten kann. Ähm, nur bei dem Sauwetter habe ich keinen Bock zu angeln. Deswegen spule ich mal vor. Ja. Ich kann ja schon mal zur Stelle hingehen. Also der Densen, der angelt von hier und hier. Oder sogar weiter hinten. Ich angel aber von hier. Aber nicht bei dem Wetter. Sonne. Schauen wir mal. Und zwar geht's auf den Ockel-Lachs in einzigartig. Ich weiß nicht. Yeah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Und da ist er auch schon. Das ging ja ratzifatze. Ja, okay. Bis zum nächsten Video dann. Tschaui.